Ist das das neueste, vor 10 Tagen? Ja, das ist das neueste. Okay, let's get it. Alter. The fuck? Ist Tolkien immer so? Im Stream. Also ich weiß, wie Tolkien in real life ist. Ist Tolkien immer so im Stream? Ja, okay, er ist in real life auch genauso. Aber er war früher nicht so, ne? Ich glaub, früher hat er sich ein bisschen zurückgehalten, was diese sexuellen Anspielungen angeht. Und dann in Korea? Das war richtig heftig. Es war einfach 24-7. Ich mein, ich find das super witzig. Das ist genau mein Humor. Aber, ähm, er war so sympathisch. Das ist schon sehr witzig. Das ist schon... sehr gut. Da ist es also sehr, sehr gut gemacht. No good. Das ist schon sehr gut. Aber wir skippen mal. Dankeschön NordVPN für das Video. Das ist kein Problem. NordVPN in der Beschreibung. Ein bisschen wie gestern, ne? Da werfen wir alles in Botland rein. Wo sind ein Jungler wieder? Keine Haare. Aber wir haben ein wenig Mitte. That's good. Hehehehe. 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 Ja, so geht's mir auch immer. Ah! Man uft nicht mit WASD in League of Legends. Lol, was? Oh! Oh! Oli! 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 Was ist denn los, Oli? Ey Leute, ich hab mir letztens vor ein paar Wochen alte Marki-Videos angeschaut. Da wo halt Bruch hier noch im ESG-Haus ist. Das ist der beste Content, der auf YouTube existiert. Das ist so witzig. Sehr verehrte Inter und Interinnen. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir ein Geschenk bekommen haben. Schwert! Das ist ein Schwert? Schwert! 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 Ist das, was? Ist das irgendwie ein Riven-Schwert, oder? Doch lass mich etwas vorlesen. Master unserem Rift, geheiligt werde dein Name. Deine Q-Komme, deine Ult, geschehe, wie im Jungle, so auf der Botlane. Ko-Jack-Master, ja, okay. Unser täglich Elo ist uns heute und vergib uns unseren Int, wie auch wir vergeben unseren Inter. Und führe uns nicht zu Clown Fiesta, sondern erlöse uns von dem Greed. Denn dein ist das Schwert und der Skill und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Judo. Er hat den Mango gemacht. Und er gibt mir sogar... Oh! 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 Ach du Scheiße! Atmen! Ich muss atmen, Geist! Jeder andere Champion und wir gewinnen diesen Fight! Aber leider existiert Diego. Ja! So geht es mir sehr oft gegen Diego. Ich bin dafür bezahlt, Dinge zu tun, für die man kein Geld bekommen sollte. Er ist so süß! Nochmal? Ja! Mua! Sie fährt nicht immer in der Liste. Du hast ein Loser. Er soll mal wieder spielen. Das ist ein bisschen mehr Hype, wenn er High-Do ist. Wo ist gerade nur Rang 13, der Lümmel. Boah, das ist echt schon Low-I-Lo, ne? Oh nein! Alter! Dieser Luchs verdient eigentlich den Tod. Aber ich bin leider sehr wert. Oh mein Gott! Mein Gott! Wie kann dieser Scheiße sein? Es fliegt einfach von überall Shit in deine Lane. Oh nein! Ich bin einfach wie in der Kanalisation. Von links, von rechts, von unten, von oben, von überall. Kommt einfach kackt in deine Lane. Und trifft dich. Und dann klebt es an deinem Gesicht. Und dann musst du irgendwie abmachen. Du hast irgendwie... Das Wasser ist dreckig. Weil da auch schon reingeschissen wurde. Ich hab nebenbei grad kurz Twitter aufgemacht. Ja? Aus der Umfrage. Ich hab mir gerade eingekackt. Du vergleiche. Eines davon ist gelogen. Von wem ist der Tweet? Warte, warte, was? Dreckig. Weil da auch schon reingeschissen wurde. Ich hab nebenbei grad kurz Twitter aufgemacht. Ersten Post, den ich sehe. Umfrage. Hab mir gerade eingekackt. Hab mir gerade eingekackt. Akali ist balanced. Akali ist balanced. Eins davon ist gelogen. Von wem ist der Tweet? Achso, warte. Ist schon Tau, oder? 100%. Also, was stimmt denn mit dem Jungen nicht? Das ist ja nicht mal lustig. Ich hab letztens einen Typen in Solo-Queue. Er hat geleckt. Einen Dravenmane. Und da dachte ich schon so, okay. Das ist bestimmt sauer. Und dann stirbt er an einem Gang. Und ich dachte, jetzt geht's los mit dem Geflable, ne? Dann hat er aber gesagt, my bad. Was ich schon dachte, komisch. Und dann hat er irgendwie gesagt, dass seine, ich zitiere, perfekte Hurenmutter wieder ein YouTube-Video lebt. Oh mein Gott. Und er sie jetzt töten wird. Und nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Und dann hat er das noch ein paar Mal geschrieben. Dann ist er wieder gestorben in einem Leg. Und dann hat er gesagt, dass seine Mutter immer nicht aufhört und er jetzt ihren Hund töten wird. Was? Ich hab nie sowas gesehen. Das war crazy. Und ich denke mir, wie kann sowas nicht instant gebannt werden? Ach du Scheiße. Can you kill yourself? Oh, das hätte er nicht tun. Scheiße. Oh, aber ich hab ein Dings, Leute. Ich hab ein VOD. Ja, Streamer. Warte mal, warte mal. Also, wenn man jemanden löscht, kann man das schreiben und dann, wenn er es nicht Screenshot, ist es gone? Can you kill yourself? Oh, das hätte er nicht tun. Scheiße. Oh, aber ich hab ein Dings, Leute. Ich hab ein VOD. Execuiert er das? Ja, ne? Fühlt sich voll gut an. Ist halt nicht sackbroken, aber wenn er das executed. Oh ja. Dann kannst du ja auch jeden lasten. Nein! Also, du hast dich kennengelernt. Habt ihr zusammen ihre komplette Wohnung renoviert. Und du hast den kompletten Umzug gemacht. Und jetzt richtet sie den Kontakt halbwegs ab zu dir. Ich kann dir nur eins sagen. Und zwar, zwitsch der dickes F in den Chat, bitte. Kann ja. Warum? Kann ich aber warum? War das FlexQ? Es tut so gut, sowas zu machen. Young Frau Region. Young Frau Region. When you think of Switzerland, this is... Ich weiß, was er sagt. Ich weiß, was er sagt. Ich... Er ist schon schön, aber... Young Frau Region. Er ist schon sehr... Er ist schon sehr wunderschön, Leute. When you think of Switzerland, this is... Ich weiß, was er sagt. Ich weiß, was er sagt. Bröki und ich, wir haben schon so diese Support, Gedanken, ADC, Synergy. Er wird sagen, da wohnt Agurin. Ne. Hä? Hä? Da wohnst du, du Lübbe. Er wird genau sagen, da wohnt Agurin. Da wohnt Agurin. Ah. Ich kenn ihn. Wir haben Botlane Synergy durchgespielt hier, Chef. Wir sind eins. Scheiße. Ich spiel mit Tim. Geil. Ich hab den allerbesten, krankesten motherfucking Jung da. Der ist so krass, der Typ. Hier, zack. Report Griefing. Bröki. Fun fact, mit 17 hab ich Bröki geghostet damals. 2-3 Mal, als du noch in seiner Küche saß. Was ist mit diesen Jung da los? Er hat Bröki geghostet? Uh. Uh. Okay, Jungs, okay. Muss ich aber, also, da muss ich schon sagen, das ist schon sehr satisfying. Hier fühl ich mich sicher. So Long Range, Max Range, die Sperre ist schon echt geil anzusehen. Die Tür sieht auch sehr einladend aus. Aber das sind alle Zeiten, die wir heute Abend haben. Naja, man kann nichts machen. Wir haben lange durchgezogen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. So geht's mir aber auch immer bei Horrorshow. Ich denk, oh mein Gott, geil. Ein bisschen Adrenalin. Und dann irgendwann, never mind. Ich hab keinen Bock mehr. Das macht mir zu viel Angst. Ja, das ist ein gutes Video. Ist aber schon zehn Tage alt, ne? Ich bin ein bisschen spät, was hier Reakten angeht. Der Grund dafür ist aber auch, weil meine Q-Zeiten einfach so unendlich kurz sind, dass ich keine Zeit mehr zum Reakten hab. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.